Auf bundesdeutschen Bühnen und in den Diskotheken kennt man Barry Lane bereits als Live-Künstler und Entertainer. Nun ergriff er die Chance, seine erste Schallplatte zu besingen. Und was macht man da? Man gibt den guten Ratschlag gleich weiter. Und nun also, take a chance, Barry Lane und seine Men. Untertitelung. BR 2018 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 Applaus 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 Applaus